er war auf 15 gelegen jetzt kommt das ist und wie gesagt da sind wir noch gespannt ob da nicht noch wirklich ein richtiges feuerwerk passiert der georgia 19 jahre alt bei seinen weltmeisterschaften bei der europa masterschaft war ja nur einundzwanzigster abonni Musik 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 Ja, nach der Musik von Sherlock Holmes, einem russischen Film, ist er auf der Suche nach den großen Erfolgen. Das Gefühl, er wird sich noch ein wenig gedulden müssen, er wird noch ein bisschen suchen müssen. Musik Zumindest heute Abend hat er die Antwort gefunden nach der Frage, wie springe ich den 3 von Axel, weil das klappte im zweiten Versuch, aber einige andere Fragen werden wohl noch offen bleiben. Da waren noch einige Mängel in dem Programm drin, aber was mir gefiel war, dass er das Ganze so ein bisschen mit dem inneren Lächeln keck präsentierte und auch eben kleine Fehler einfach wegsteckte. Und schier unbeeindruckt sich den neuen Aufgaben zu wagen. Das ist 19 Jahre jung. Musik Und immerhin tröstlich gegenüber dem, wie wir vorher sahen, zum Beispiel gegenüber Anthony Liu, dass er sich einem Thema gewidmet hat, dass er versucht hat, einem Thema Gestalt zu geben. Und während seiner Darbietung, das ist immerhin schon sehr gut. Ja, und ich finde auch, er hat die richtige Mischung gefunden zwischen nicht zu viel Theater spielen, aber dennoch irgendwas erzählen zu wollen, das hat mir ganz gut gefallen. Und da braucht er eigentlich nicht mehr so sehr am Stil feilen, aber die Schwierigkeiten, die waren teilweise eben noch zu unsicher dargeboten. Wird Mirko Müller mal gesagt, angesprochen auf Sennikir, was nützen uns die großen Gesten, wenn wir bei den Sprüngern dann hinterbleiben. Ja, kann man hundertprozentig übertragen auf Wachtang Murwanice aus Georgien. Und der, einer der wenigen, der wirklich aus Georgien kommt, wie man schon ganz deutlich an seinem Namen sehen kann. Und auch nicht irgendwo in den Vereinigten Staaten trainiert, sondern in Tiefers zu Hause, sich besucht auf, oder eiskünstlermäßig irgendwo durchzuschlagen. Zu Hangian, ja. Zu Hangian kann man ja nicht anders bezeichnen. So weit ist das ja nicht. Vielleicht in der P-Note höher, ziemlich höher. Sollte es sein, tut es auch, tut es auch. Gerade umgekehrt wie vorhin bei Liu. Das ist der zweite Platz. Für спис für acht, für sieben und bei zwei. Danke für meineholders.